Ok, let's go! Brontogel oder Brontogel, danke für die Bluffrudi Wie ist Sivir gerade? Lappen, danke auch für den Zap! Sivir kann man tendenziell spielen Aber... Muss man jetzt nicht Nee, also es ist fein Ich glaube, je niedriger du in der Abilu ist, umso besser ist Sivir So, Sivir ist halt auf höchste Elo Relativ abusable Web.de ist schmutzig, ja natürlich Aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht einfach 400 Accounts Wechseln, also kann ich machen, aber Habe ich halt keinen Bock drauf Wenn es so ein Tool gibt, wo man auf einen Schlag Bei allen Webseiten seine E-Mail Adresse ändern könnte Dann wäre ich schon längst weg Ok... Das ist ein A-D-Twitch Mit Presti Attack Ist das Karma Mitteln ja so top? Probably, ne? Schade, er hat die Zeichensprache nicht verstanden 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 Die haben jetzt das Early Game nicht wirklich viel gemacht Die haben jetzt das Early Game nicht wirklich viel gemacht Warwick ist gerade in deren Jungle Ok... Ok... Können wir halt nicht Moven, weil wir... Auspushen müssen Nehmen wir mit Nehmen wir mit Ist ok Sooo... Ist das jetzt doch ja so in der Mitte? Ist doch ja so in der Mitte, ne? Ja, so in der Mitte mit TP Ignite Karma Top mit... Mit Ignite Karni ist heute Abend bei mir, ja Oh! Habe ich erst 19 Uhr im Prime League? Ah, der Nice gleich noch Das Gehen nicht vergessen Dafür seid ihr da, Chat Ich will den kennen Oh Gott Das hier irgendwie Vision hat... Uhhh W- 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 Da ist Tütsch. Renata ist am Turbo-Rom. Verkauf mal 2 Pots für Boots. Okay. Ja, Warwick wird gut gebumst gerade bei seinem Jungle. Schon sehr unwahrscheinlich, dass sie da zum Dragon Room, das war auch sneaky, hat er über die Wall ge... was war das? Wahrscheinlich einfach Knallpflanze, ne? Hm. Keine Ahnung, wo Diana ist. Ich glaube, der muss Base gehen hier, der Twitch, ne? Ich glaube, wir kriegen hier richtig fette Plates gerade. Zwei Plates auf jeden Fall. Hm. My bad, dass die da nicht Base gehen, habe ich wirklich nicht erwartet. Ich glaube, ich muss da flashen, weil ich so nah am Tyre war. Ich bin 100% davon ausgegangen, dass die Base gehen, my bad. Oh mein Gott, nee, Digga. Oh mein Gott, nee, Digga. Es ist so tragisch, Digga. Oh mein Gott. Digga, es ist immer noch hier, WTF? Ich bin Yumi, und du bist warm. Hm. Oh mein Gott. Nice. Sie wird freezen, aber Diana könnte Bot sein. Ja, das ist gar kein, das ist wirklich überhaupt kein Freeze. Nice, nice, nice. Anakin ist 3-0. Ich krieg irgendwie relativ wenig vom Game mit, weil ich mich so auf Aphelios konzentrieren muss. Sieht eigentlich sehr gut aus, das Game. Wir haben Harald, wir haben Drake, wir haben Winning, den Bot Winning mit. Ich kann nicht mitspielen. Du hast da gehintet, Bruder. Renata ist mitten. Holy shit, ist der stark, WTF? 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 Hm, das muss noch nicht der Wave. Oder Rumpf und Twitch hier. Hey, ist jetzt scheiße, aber ich will trotzdem move'n. Okay. Break is soon, ich glaub wir hardpushen jetzt einfach die Wave hier. Okay. Okay. Da ist der ja. Dann sagen wir ciao zum Kennen, das ist okay. Ich hab Exhaust, ich glaub schon, dass wir das hätten spielen können. Ah, wir nehmen Reset. Ist das ein Ninja-Tubbies-Game? Nee. Okay. Was macht der Renekton mit ihm wirklich? What are you doing? What the fuck? Haha. Dann gehen wir wieder Bot. Ich spiele gegen Index, hat einer gemeint von euch, ne? Das erste Mal, dass ich gegen Index spiele. Ich bin richtig nervös hier. War da Twitch gerade? Da war Twitch gerade, oder? Ja. Wenn Diana könnte Bot sein, aber dann kriegen wir Top halt ultra viel. Ich glaub die sind in AFK genau, oder? Haben die geöffnet? Das sieht ein bisschen danach aus. Arschloch. Mit den Waffen, wenn man nicht was... ...usen will, macht man schon wenig DPS. Schade ey, jetzt haben wir so ne gute Laning Phase. Dann dachte ich mir, geil, jetzt mal schön Aphelios Carry und dann ist einfach das Game absolut Auto-Win. Das ist Comebackable. Ja, das ist Save Comebackable. Ich weiß nicht, die sind nicht so motiviert, das Spiel weiter zu spielen. Ich weiß nicht, bitte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wir kommen aus. Ich weiß nicht, wir kommen. Okay, wir nehmen jetzt Raptors hier, der ist auch piss-useless, der Yasuo, ich glaube ich muss da auch wirklich einfach gar keine Angst haben. Können jetzt Harrod nehmen, ich habe 2k Gold, ich würde auch demnächst mal Base gehen. Ja, den Kennen habe ich mir aber nicht versaut, den Kennen hat er mir versaut, da kann ja wirklich jetzt nichts mehr hier. Hier.